Leute, es gibt zwei fette Ankündigungen seitens Aim Controllers. Einmal 50% Rabattaktion und nie wieder Stick trifft. Ihr habt richtig gehört. Es gibt andere Konkurrenzhersteller, die benutzen die Technologie schon. Hall-Effekt oder Hall-Effekt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es schimpft. Ich habe es selber noch nie getestet. Das möchte ich vorab dazu sagen. Es soll sich mit solchen Hall-Effekt-Sticks etwas anders anfühlen. Es kann sein, dass man in-game so ein bisschen justieren muss, damit sich das wieder genauso anfühlt wie früher. Aber man hat nie wieder Stick trifft. Mit dieser Technologie bietet Aim Controllers jetzt ebenfalls an. Was müsst ihr beachten? Zum einen, diese 10. Geburtstag, habe ich es schon gesagt, diese Rabattaktion ist, weil Aim Controllers den 10. Geburtstag feiert. Diese Rabattaktion ist nur dieses Wochenende vom, was haben wir heute? Wir haben heute den 19. April, jetzt zum Freitag, ist die Aktion schon online. Ich habe es getestet mit meinem Code Casper10. Bis Sonntag geht die Rabattaktion, so wie ich das in den vergangenen Jahren mitbekommen habe, wird diese Rabattaktion meistens nicht gleich am Ende des Wochenendes deaktiviert. Also könnte es sein, dass es über das Wochenende hinaus vielleicht noch ein bisschen länger aktiv ist. Also zum einen, hier steht es 10. Geburtstag, 50%. Mindestbestellwert, sollte klar sein, muss man auch erreichen. 250 Euro, das ist für so einen Controller nicht der Welt, wenn du den gut ausstattest. Vor allen Dingen mit diesem Hall-Effekt. Ich habe euch das hier mal eingeblendet. Wenn ihr euch den konfiguriert, habt ihr unter den 214 Euro, die ich jetzt hier habe, also der Hall-Effekt kostet eigentlich 45 Euro extra, aber die Bauzeit verlängert sich dadurch um ca. 30 Arbeitstage oder wird dann ungefähr 30 Arbeitstage betragen. Ich bekomme demnächst so einen Controller zugeschickt. Kann euch, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen, wie sich das anfühlt. Deswegen wird es da auf jeden Fall nochmal ein extra Video geben, wie geil oder wie schlecht das vielleicht ist. Das muss man dann sehen. Das kann ich leider nicht beurteilen. Sollte jemand schon mit so einem Controller gezockt haben, gerne mal in die Kommentare. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid mit CodeCasper10. Bei einem 300 Euro Controller bezahlt ihr plus Versand 170 Euro. Und das ist wirklich eine richtig geile Aktion. So eine Aktion gab es so vorher bei AIM-Controllers noch nie. Ihr wisst jetzt Bescheid. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.